Fasnacht ist eine Welt für sich. Ihre altüberlieferten Formen und wertvollen Masken sind ein bedeutendes Kulturgut. Zu sehen sind sie ganzjährig im Museum Narrenschopf in Bad Dürrheim und jetzt auch digital zu erleben im Projekt Museum 4.0. Dahinter stehen kreative Köpfe mit vielen Ideen, zusammen ein starkes Team. Entstanden ist eine Reise zu den Ursprüngen der Fasnacht mit eindrücklichen Bildern. Der Narr wird zum Tod, Aschabitwoch schon im Treiben der tollen Tage. Ein Highlight ist der Gang durch Peter Bröchels Gemälde Kampf der Fasnacht mit den Fasten. Hier wird ein Universum lebendig mit tiefen Einblicken, wie sie bisher nicht möglich waren. Eine Kuppel präsentiert die Fasnacht in 360 Grad, der Betrachter mittendrin. Spektakuläre Bräuche, der Brunnensprung in Munderkingen, die Exoten der Fasnacht in Telfs in Tirol, der Umzug in Villingen, wie ihn die Maskierten selbst erleben und das Ende des Narrengerichts in Grosselfingen. Aschabitwoch in Wolfach. Der Zuschauer trauert mit. Mit VR-Brillen verschwimmen die Grenzen der Wirklichkeit. Der Betrachter wird selbst zum Akteur. Und aktuell gilt sowieso, Maske nicht vergessen.